Dr. Strange, Sie glauben, Sie wüssten, wie die Welt funktioniert. Was, wenn ich Ihnen sage, dass die Ihnen bekannte Realität nur eine von vielen ist? Das ergibt keinen Sinn. Nicht alles ergibt Sinn. Nicht alles muss Sinn ergeben. Mithilfe mystischer Macht nutzen wir die Energie, um die Realität zu formen. Wir reisen über weite Entfernung in einem Augenblick. Wie komme ich von hier nach dort? Wie sind Sie Arzt geworden? Lernen und üben, jahrelang. Was soll? Es ist Kraft in ihm. Ist er bereit? Sei vorsichtig, welche Pfade du beschreitest, Strange. Es sind schon starkere, als du vom Weg abgekommen. Ich bin der Tod und der Schmerz. Du wirst sterben, während du diese Welt beschützt. Ich kann das nicht tun. Es geht keinen anderen Weg. So viele Jahre habe ich die Zeit durchsucht, um Sie zu finden. Was ist das? Mein Mantra? Das WLAN-Passwort. Wir sind keine Wilden. Wir sind keine Wilden.